Sechs Minuten noch. Oh Gott, oh Gott, ich bin ein bisschen aufgeregt. Okay, jetzt aber. Oh Gott. Oh Gott, 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 oh Gott. It looks like worms, but it's delicious. Ich hasse dieses Spiel so sehr. So, flankier. Was? Gut. Ich nähere mich trotzdem dem Figi. Dün, 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 dün. Thorsen-Person. Jetzt im Kino. Das hat auf erstaunliche Art und Weise dramatisch gut gepasst eben. So. Du Hure! Ich hab tausend von Dollar rein! Halt die Fresse! Ihr legt da eure scheiß Federn rein für 1,50! Und ich hab tausende von Dollar da reingeschmissen! Du blöde Metze spring über die Klippe! Mistvieh! Boah! Kann ich nicht verprügeln? So ein Miststück! Ich hab so viel in die Kasse getan! Die anderen voll die Geizer, weißt du? Was ist ganz cool hier? Man fragt sich, was hier mal war. Man fragt sich, was hier mal war. Ernsthaft! Ich leg dir den mal hier hin! Ah! Den, den, dün, 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 dün! Den, dün, 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 dün! Ah! 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 Oh! Ähm! Da! Das! Das war, äh! Das war jetzt sauer! Oh! Oh! Oh, was ist denn so? Jo! Ich steck immer so ab! Das ist, äh, Hechtrolle! Okay... Oh! Let's just knock them out! Oh, das schöne Hemd! Mann, jetzt spring doch endlich! Was? Was ist denn? Was ist denn dein fucking Problem? Entschuldigung, Kleine! Was soll das denn? Ich drück auf, ich drück hier auf Quadrat wie ne Wildsau? Ja, leg mich doch am Arsch! Ich drück hier auf Quadrat wie ne Wildsau, Alter! Da! Das darf doch nicht wahr sein! Warum springst du denn nicht? Ich bin kein Mörder... Ich bin ein... Künstler... Das war so cool, aber ich wusste gar nicht, dass das geht! Ich wusste nicht, dass man den Leuten auch den Kopf wegballern kann, wenn der da rumliegen... Was... was... Was zur Hölle? Was zur Hölle? Tjo... Ah... Ah, so ein frisches Käffchen, das wird mir sicherlich gut tun! Ah, das weckt die Lebensgeister! Wie so ein Katzenkaffee! Oh, wir haben keinen Kaffee mehr! Das ist natürlich doof! Ich kann nicht weg! Hör auf den Kaffee zu trinken! Ich brenne! Hör auf den Kaffee zu trinken! Hör auf den Kaffee zu trinken! Er hat nicht aufgehört! Er hat sich einfach einen neuen Kaffee eingeschüttet! Ich konnte nicht weggehen! Toot! Ich konnte nichts machen! Kann man... Okay, ich muss es... ich muss es leider ausprobieren! Ich muss... ihr wisst, ich muss es ausprobieren! Ähm... Alter, was?! Was?! Ähm... Was passiert denn hier?! Gut! Es wurden viele Details eingebaut! Und weißt du was?! Darauf gönne ich mir erstmal ein Hütchen! Ja, hier sind das hier! Moin! Oh! Entschuldigung! Was?! Oh! Oh! Wie... Oh! Oh! Alter! Oh nein! Oh Mann! Oh Mann! Oh! Alter! Alter! Tor! Ahhhh. W-was? So. Also folgendes. Ihhh. Aus dem Hals tropft es noch raus. Ihhh. Igitt. Ihhh. Was? Ihhh. Ihhh. Hat aber aufgehört. Ist nur begrenzt, der Spatz. Oh! Das war die heldenhafteste Flucht, die ich je gesehen habe. All of us can't steal the stagecoach. Was? Was macht er denn da? Ähm. Quest. Alter, die Quest. Was machst du denn da, du Idiot? Triff dich wieder mit Hosea. Was machst du denn da? Hör auf, den Kutscher zu verfolgen, du voll Idiot. Na, das bringt ja Glück. Oh. Die Pfote fehlt jetzt tatsächlich. Huch! Hä? Hä? Ich möchte, ich wollte doch nur Geld mitnehmen. Ist das denn zu viel verlangt in dieser kalten Welt? Dass man sich einfach mal einen wärmenden Barbetrag mit nem Brennterspferd... Alter! Hau ab! Was zum Teufel? Friedhof der Kuscheltiere! Alter! Ich will doch wirklich nur die Geldscheine klammern. Ich glaube, Gott hasst mich. growth, wals! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020